Dieser Kanal soll Medizinstudenten oder denen, die es werden möchten, unseren Eindruck des Studiums vermitteln und worauf es unserer Meinung nach ankommt und vielleicht auch, was wir im Nachhinein anders gemacht hätten. Hi, ich bin Leander, ich bin 23 Jahre alt und studiere an der Uni Heidelberg im zehnten Semester Medizin. Ich mache derzeit meine Doktorarbeit in der Neuroanatomie und möchte später wahrscheinlich Unfallchirurgie machen. Hi, mein Name ist Max, ich bin 23 Jahre alt und studiere an der Universität Heidelberg im zehnten Semester Medizin. Meine Doktorarbeit mache ich bei Professor Dragun in der Neurophysiologie und ich interessiere mich für alles, was mit dem zentralen Nervensystem zusammenhängt. Neben meiner Doktorarbeit war ich ein Jahr im Ausland und habe dort in der Anästhesie und Intensivmedizin ebenfalls geforscht. Zusätzlich arbeite ich seit einiger Zeit in der Augenklinik und bin in mehreren HiBi-Jobs über dem Campus verteilt aktiv. Jeden Sonntag wollen wir euch ein neues Video hochladen zu Themen wie den Aufbau des Medizinstudiums, welche Fallstricke es im Studium gibt, auf welche besonderen Dinge außerhalb des Studiums ihr am besten achten solltet, wenn ihr in einem bestimmten Studienabschnitt seid, wie ihr eine gute Doktorarbeit finden könnt oder auch wie wir beide unsere Zeit im Studium managen. wo wir die Doktorarbeit Мысли zuerst sehen, dass die Doktorarbeit fica in einem vergleichen, Und das ist das, was wir denken, Aber das ist ganz klar. Und das ist so, was wir tun können,